Zack, hallo LOL Loll Ach du heilige Scheiße Und jawoll Und weg Das war jetzt Einfacher als ich gedacht habe Möchte ich mal behaupten Iridium Nice Irgendwas vernünftiges hatte er nicht dabei Mitkommen Ich wollte mir nochmal seine Waffen angucken Brauche ich ihn nicht Besser ausgerüstet Schwachsinn hier Soweit ja Ist ja viel hier Level 19 Was willst du sagen Nicht so knorkel Hältlich gesagt Was ist das Oh hier ist lila Oh 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 Ich glaube die nehme ich doch mit Dann habe ich eine Waffe mit Elektroschaden Oh die haben doch so ein geiles Visier Das ist nice Dann nehme ich die natürlich gerne So jetzt mal wieder raus hier Anni warte dahinten In die Richtung Ja Genau Ja Moment Da muss ich mal hier mit Dittich hier Oder Ah ne ich wollte zu Fink's Slaughterhouse Ja da war ja was Da wollte ich hin Na ist ja recht So War das hier hin Ja doch Hier rechts Und dann Doch 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 Das war hier Und glaube ich Wenn ich mich jetzt vertue Dann habe ich so ein verkriegtes Gehirn Doch etwa eindeutig hier Ja Mein Geschütz Erlege ich das da schon So easy mit dem Teil Ne Bin ich ja teilweise echt der Meinung Das einfach zu OP ist Und Angekommen Sehr schön Das könnte ich auch darunter springen Aber ich mache das nicht Weil das dann glaube ich Ein bisschen zu langer Gehweg wäre Weil ach Ich bin ja eh hier direkt draußen Meine Güte Na wer kommt da an Ach so ein So ein Gutscher Flugdingensen Wie auch immer es heißt Jetzt ist er weg Da Fink's Slaughterhouse Zack Oha Da ist er Fink Kannst du den Banditenring des Gemetzels überleben Okay Bin ehrlich gesagt sehr gespannt Was der Banditenring des Gemetzels ist Begib dich in die Arena Runde 1 Ja wahrscheinlich Oha Oha Ich bin noch da Muss ich den kaputt machen Oder was Weil der Wenn man da oben auf die Karte guckt Genau das Hat so geblinkt Oh da muss ich einfach nur da oben hin Ich bin komplett behindert in meinem Kopf Ich glaube ich muss mich einfach nur da oben hinstellen Oh Leute Ah Ja Dann mach du mal geschützt Ich kann hier ein bisschen wegsnipern Und zack Treffe ich das Ding nicht Treffe ich das Ding nicht So krank Oha Jetzt muss ich gleich selber kämpfen Ach du Scheiße Easy Lad doch nach Mann Tschüss Noch ein Zwerg hier oben Oder wer schreit hier so rum Natürlich ist es ein Zwerg Nier ist ja eine Feldratte Ich hab doch gerade auch so ein Psycho gehört Oder was auch immer das war Ah jetzt noch mehr Wäre das so schön gewesen Wenn das die einzigen wären Tschüss Da ist der Psycho Meine ich doch Na komm Na 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 Lol Ein Goliath Tschüss Top Fehlt noch irgendwo jemand Ja Da fehlt ein Badass Psycho Der aber auf Level 19 auch nicht mehr wirklich so schwer ist hier Der verbrennt Doch nicht Jetzt Was ist das da Ein Badass Marauder Grüß dich Minion Kannst mir nix Oh Iridium Ha Nicht so toll So Noch mehr Willst du mich verarschen Da hab ich das ja gerade runtergeschmissen Ob du mich behindert Ne Goll Tschüss So Ähm Ja Es ist nicht so schwer ehrlich gesagt Muss ich sagen Ich hätte es mir Bei dem Namen Arena Irgendwie etwas schwerer vorgestellt Aber ich meine Wir sind ja mittlerweile auch schon 22 Und wir sind ja mittlerweile auch schon 22 Und wir sind ja ein bisschen das für Level 18 Und ich muss sagen Dafür kommen wir doch ganz schön dramatisch In den unteren Bereich Nein Diese dieses Schildding hat mich gerade echt gerettet Weißt du das Ich hatte echt auf ihn draufgeschmissen Und er hat deswegen jetzt Schaden Hallo Hau doch mal ab Ich hatte echt auf ihn draufgeschmissen Und er hat deswegen Schaden bekommen Oder bitte das mal ein Nein Come on Please Nice So Da oben ist noch einer In der Ecke Ah So ein Packminizwerk Tschüss Wo sind die Nächsten Ach hier Hallo Grüß dich Ich wette Dann gibt es auch gleich eine Mission mit Runde 2 Dann auch eine Mission mit Runde 3 Dann auch eine Mission mit Runde 4 Und Runde 5 Und Runde 5 sind dann nur noch so Bäderstypen Aber nur noch Das wäre so richtig krank Wisst ihr das? Das geht gar nicht Oha Grüß dich Mensch Badass Nomade Willst du mich verkack eilen? Okay Die wird dann doch etwas härter Wegen ihrem Kack Schild Ach Scheiß mal was aufs Schild Hier Zack Top Da Banditengemetzelte Runde 1 So hieß die Mission Jetzt kommt Runde 2 Wetten Wetten Wo man hier eigentlich relativ gut leveln kann Wenn man sich das mal so anguckt Kommt drauf an Was bei Runde 5 Dann So alles für Gegner Oder was weiß ich Wie viele Runde Wie viele Runden es hier gibt Zack Top Ja ja So In die Arena Runde 2 Mach ich doch gerne Arena Gemetzel So heißt der Part Top 1 Ah weißt du das Das ist top Diese Mission Schön level Da werde ich auf jeden Fall level 23 Wie ich sage in dieser Runde Ich denke Steht fest Zack Und Fertig Kann man eigentlich Oh ich wollte gerade sagen Ich gewundert wenn die Türen offen geblieben wären Nö Keine Lust Ach die kommen von da Weg damit schnell Dann ist mein Geschütz nicht so unnötig Ja Er hat sich teleportiert Doch nicht Doch So Oha Grüß dich Oder grüßt euch ihr Psyche So was ist los Wo sind die nächsten Da Boah ne Ich hab zu wenig Munition auf die Dauer Auf jeden Fall was die Shotgun anbetrifft Da hab ich definitiv zu wenig Munition früher Hab ich jetzt Dann müsste ich nachher gleich echt mal Munition nachladen Wenn es im Grunde genommen ja wieder nur Ist die Munition drin Oh Ein bisschen Sehr schön Das heißt nix Nur sparsam mit meinen Munitionen umgehen Oder einfach alles meine Schönes Schild machen lassen Wo ist denn hier Da ist der Rappendieb Ich glaube Takt bei dir Hallo Ich hab so viel daneben geschossen Ja okay Oder so Oha 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 Oh nein So Jetzt Warten sie denn Das ist da oben Nochmal Also Bad ist was Lol Ist der süß 1A verbrannt Warum brennt denn der nicht Tschüss Ich hab erst eine Welle abgeschlossen Da wird es mich